Servus Leute! Ja, heute möchte ich euch von dem neuesten Buch von Britta Savak erzählen. Und zwar ist das Blackwood, Briefe an mich. Und wie ihr seht, hat das ein unfassbar schönes Cover. Glänzende Libelle drauf. Das sieht so schön aus und innen drinnen hat sie so eine kleine Landkarte von diesem Örtchen Blackwood. Denn Blackwood ist eine kleine Ortschaft in dem Land. Und ja, da lese ich euch ganz kurz mal hier den Klappentext vor. Würde man einen Brief von einem zukünftigen Ich lesen wollen? Für Gesine ist das keine Frage. Natürlich würde es sie. Denn nach dem Tod ihrer Mutter muss sie alleine zu einer Verwandten nach Irland ziehen. In dem kleinen, verschlafenen Dörfchen Blackwood hat sie niemanden, mit dem sie so richtig über ihren Kummer sprechen kann. Auch nicht über Arian Mary, den unverschämt gutaussehenden Sohn der örtlichen Buddha-Dynastie. Noch dazu machen sie die Dorfbewohner mit Geschichten über allerlei übernatürliches Zeug verrückt. Alles Quatsch, denkt sich Gesine, bis sie in einem geheimnisvollen alten Schreibtisch einen Brief von ihrem zukünftigen Ich findet, der ihre Welt ganz schön durcheinander bringt. Ja, die liebe Gesine ist die Tochter einer Irrin, die aber in Wien aufgewachsen ist. Und ja, leider verunglückt ihre Mutter tödlich bei einem Unfall. Und von ihrem Vater weiß sie überhaupt nichts. Und so muss die weise Gesine, toller Name, wird aber auch erklärt, wie sie zu dem Namen gekommen ist. Gesine ist der Name der Mutter ihres Vaters. Aber es ist eine lustige Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit sogar beruht, wie man die liebe Britta Sabak auf der Leipziger Buchmesse erzählt hat. Das ist nämlich einer ihrer Freundinnen so geschehen, also so passiert. Und auch der Name. Daher kommt die Geschichte in dem Buch. Ja, wie auch immer. Leider stirbt eben die Mutter von Gesine bei einem Autounfall. Und so muss die weise Gesine zu ihren nächsten Verwandten, der Schwester ihrer Mutter, nach Irland ziehen. Ja, in diesem kleinen verschlafenen Ort dort an der Küste, das Blackwood heißt. Und so kommt sie da an. Ja, und wird da abgeholt von einer Freundin, von ihrer Tante, weil ihre Tante keine Zeit hat. Und dann fängt das alles schon recht chaosmäßig dort an. Und ja, wie ihr da schon gehört habt, alle möglichen, Irland, das ist halt so bekannt für die Naturgeister, Lebrachings und Feen, Elfen und alle möglichen übernatürlichen Geschichten, mit der sie da konfrontiert wird und sich da auseinanderzusetzen hat. Und wo es dann auch gleich mal in ein paar Fettnäpfchen zu treten gilt, als Gesine da ankommt. Ja, und dann eben auch ihre neuen Mitschüler dort kennenlernt. Unter anderem einmal diese Aryan, ich glaube, so wird es ausgesprochen, Aryan, Mary, Aryan, Mary, ja, Aryan. Sohn, der, ja, so, 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 Carrie Gold, ne, irische Butter, wisst ihr, und Mary Gold heißt da diese Buttermarke und der Vater von Aryan ist eben da der Besitzer und Gründer dieser, ja, größten irischen Butter-Dynastie, die sind stinkreich und leben hier auf so einem riesigen, riesigen Cottage, äh, so, und, ja, und das ist ein ziemlich gut aussehender junger Mann, äh, mit einer, äh, ziemlich gut aussehenden und auch stinkreichen Freundin, äh, ähm, tja, und, ja, wie es da so weitergeht und, äh, was es mit diesen Briefen auf sich hat, äh, das müsst ihr natürlich im, im, im Buch lesen, aber, ich kann euch mal verraten, äh, das ist ziemlich crazy, also, wenn du Briefe bekommst, äh, wo du ganz genau weißt, verdammt, die stammen 100%ig von mir selber, aber ich habe sie bisher nie geschrieben und du stellst fest eben, die kommen tatsächlich aus der Zukunft, diese, diese Briefe, deswegen, sehr geheimnisvoll, äh, toll zu lesen, unglaublich gut geschrieben, äh, 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 tja, äh, ich habe, äh, das ist so, so ein, ein ganz winzig kleiner, äh, Kritikpunkt, das ist zum Beispiel, äh, das Buch ist ja auf deutsch geschrieben und, äh, im Prinzip, klar, dass Blackwood, Blackwood, äh, nicht jetzt unbedingt Schwarzwald, äh, als irische Ortschaftsbezeichnung auch im Buch nicht haben sollte, ist ja klar, aber, äh, alle anderen, wie so ganz normalen, wichtigen Begrifflichkeiten, äh, sind ja ins Deutsche übersetzt, außer ein paar so ganz, äh, so Kleinigkeiten, wie eben die Tante von Gesine, äh, äh, die, die Töpfert und die hat eben so eine, äh, Töpferei-Werkstand, eine Pottery, 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 klar, äh, und das wird eben im, im Buch auch nicht als Töpferei, sondern eben als diese, äh, Pottery geschrieben, äh, und das will mir, will mir nicht in den Kopf, warum, warum das jetzt, äh, in nur diese eine, äh, Töpferei-Werkstatt, hätte man da auch schreiben können, äh, warum die ausgerechnet, äh, im Englischen gelassen wurde, also, äh, keine Ahnung, äh, wirkt immer irgendwie doof, wenn du das liest, dass dann diese, äh, so ein paar so Begriffe eben nicht ins Deutsche übersetzt wurden, total, also meiner Meinung nach sinnfrei, nicht ins Deutsche übersetzt wurden, denn das hätte man einfach können, weil es, äh, einfach keinen wichtigen Mehrwert bietet, wie jetzt zum Beispiel, äh, ich denke mir, klar, muss man Blackwood-Blackwood belassen, weil es ja eine Ortschaft ist, äh, wie, äh, die eben wirklich so heißt, das ist ja ihr, ihr Eigenname, aber eben für Töpferei gibt es ja ganz normale, äh, gibt es ja eine ganz normale deutsche Übersetzung, und nachdem das alles in Deutsch geschrieben ist, und, ja, hat mich das ein bisschen verwundert, ansonsten, sehr genial, äh, sehr gute 14 Punkte, ich glaube, äh, soviel ich weiß, es gibt es da auch, soll hiervon auch ein zweiter Teil, äh, rauskommen, so, im Grunde ist, äh, ist das, äh, aber ein absolut abgeschlossenes Buch, ähm, deswegen bin ich ganz gespannt drauf, falls es hier, äh, eine Fortsetzung gibt, würde mich auf jeden Fall freuen, weil es, ich glaube, da gibt es noch ganz viel, äh, viel zu ergründen, ähm, und auch noch, noch zu erfahren, äh, äh, was hier vielleicht nicht ganz so, äh, hundertprozentig aufgedeckt wurde, an Geheimnissen, ähm, ähm, dementsprechend, äh, ich bin gespannt, äh, seid gespannt, was es mit dem Cover auf sich hat, die Libelle, ähm, ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Buch, ähm, muss man eigentlich echt lesen, wenn man, wenn man, ja, an solchen Geschichten gefallen hat, und die ist richtig, richtig gut, äh, ja, in diesem Sinne, äh, ja, 14 sehr gute Punkte, von 15 möglichen, ähm, ja, ja, wie gesagt, lesen wir wieder was, ciao. Bis zum nächsten Mal.